Nach den Pfingstferien ist die Maskenpflicht an Schulen am 3. Juni ausgelaufen. Geht es nach dem obersten Lehrergewerkschafter, Paul Kimberger, soll der Mund-Nasen-Schutz im Herbst ein Comeback feiern. Lehrer würden ihn immer wieder fragen, wie sie sich schützen können. Deswegen sei er für den Mund-Nasen-Schutz für Schüler und Lehrer. Kritik übt Kimberger neuerlich an der fehlenden Gesamtplanung für das kommende Schuljahr. Wir haben noch immer keine detaillierten Informationen bekommen, wie es im Herbst an den Schulen weitergehen soll. Vorausschauendes Planen schaue anders aus. Schließlich haben wir es immer wieder mit lokalen Lockdowns zu tun. Der Gewerkschafter fordert daher erneut einen Masterplan, der alle möglichen Szenarien vom Vollbetrieb bis zum erneuten Fernunterricht umfassen müsse.